Eine Seniorin ist heute Mittag in Othmarschen mit ihrem Pkw in einen Friseursalon gekracht. Wieder fuhr eine Seniorin in ein Schaufenster. Die haben das extra neu ausgebaut, weil hier die Unfälle immer waren. Dieses Video wird dir präsentiert von helden.de, deinem zuverlässigen Partner für Fahrrad- und E-Bike-Versicherungen. Mit dem Helden-Code aus der Videobeschreibung sparst du zusätzlich noch den ersten Monatsbeitrag und unterstützt dadurch diesen Kanal Fahrradstadt Hamburg. Aber weil wir ja gerade eben in München das als Thema hatten, nämlich wie teilen wir den Straßenraum eigentlich auf und ist es nicht eigentlich irrsinnig, wie viel Platz wir an unseren Straßen und vor unseren Häusern und in unserer Umgebung eigentlich sozusagen für stehende Autos reservieren. Das ist das zweite Video, was ich eigentlich sehr spannend fand und was eigentlich aufzeigt, was möglich sein kann. Ich hoffe, dass das in diesem Video auch darauf eingeht. Ich habe die ersten Minuten, glaube ich, irgendwann mal geguckt. Das Video ist jetzt auch schon zehn Monate alt, hat 1,2 Millionen Aufrufe. Also ich habe die ersten Minuten schon mal reingeschaut. Ich hoffe, man geht auch auf einen sozusagen, wo das hinführen kann, wenn man sozusagen Autoparkplätze radikal entfernt, nämlich 10.000 Stück und dass das auch funktionieren kann. Das ist das Entscheidende. Wir sagen ja immer, um Gottes Willen, dann bricht alles zusammen. Wo soll man seine Autos hinstellen? Wie soll das Ganze funktionieren? Das wird niemals klappen. Ich hoffe, dass das Video, das hier so ein bisschen aufgezeigt wird, dass das klappen kann und wo das Ganze sozusagen dann hinführt, wenn man das einfach mal sozusagen durchzieht. Von daher würde ich sagen, springen wir einfach mal in dieses Video von Nudgers Bike rein und gucken uns einfach mal an, wo das Ganze hinführt, wenn man da einfach mal radikal einfach mal dabei ist. Vielleicht haben wir hier, können wir mal gucken, Untertitel, können wir die auf, na, können sie mal automatisch übersetzen lassen für Leute, die des Englischen vielleicht nicht ganz mächtig sind, dass wir die deutschen Untertitel haben und ich verschwinde einfach mal hier hin oder da hin. Ich verschwinde einfach mal über die Untertitel. Ja, aber das ist doch mal spannend, wenn man das mit Deutschland vergleicht. Wenn jetzt hier eine Partei zur Wahl antreten würde, die sagt, wir streichen in Hamburg 10.000 Autoparkplätze weg. Ich würde mal behaupten, dass man da weit, weit, weit entfernt davon wäre, damit einen großen Wahlsieg einfahren zu können. Und da sieht man noch, wie da der Mindshift noch nicht da ist, wie die Niederländer, was das angeht, schon weiter sind, dass man mit so einer Ansage so stark auch Wahlen gewinnen kann. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Einfach, finde ich, sehr spannend. Das muss man sich mal vorstellen, wie man auf solche Ideen kommen kann, an so eine Riesenmasse an Geld für so rückständige Infrastruktur auszugeben. Was man mit dem Geld machen könnte eigentlich. Das ist eigentlich, da denkst du dir eigentlich... Das, was ich sagte, was könnte man mit dem ganzen Geld machen. Ja, also wenn man diese Straße so sieht, wenn man die mit der Straße in München zum Beispiel vergleicht, gut, die war ein bisschen breiter, klar, aber das ist doch gleich... Also ich würde viel lieber hier leben, als an der gruselig, lauten, vielbefahrenen, zugeparkten, komplett ungrünen Hauptstraße, die wir da eigentlich eben gesehen haben. Also wenn man das so als Gegenstück sieht, ich komme da raus und laufe da und habe grün, habe Bäume vor meiner Haustür und an den Wänden wird es grün und da stehen Bäume. Und also überhaupt gar kein Vergleich eigentlich. Und wenn ich mir vorstellen würde, hier, wo das Grün, also wo ich jetzt gerade mit meinem Bild bin, wenn ich mir vorstellen würde, dass hier sozusagen jetzt auch noch Autos stehen würden, also da habe ich dann lieber das Grüne hier auf jeden Fall, was natürlich auch Insekten anlockt und was weiß ich nicht alles und was viel, viel, was das Leben einfach viel schöner macht, da zu wohnen, als wenn da jetzt auch noch alles voller Autos stehen würde. Ja, das ist etwas, was wir eigentlich auch in Deutschland ja noch viel stärker wahrscheinlich haben als in den Niederlanden oder in Amsterdam, wie man das da jetzt sieht, ist, dass über die jahrzehntelange Vorherrschaft des Rechts, des Stärkeren mit den Autos, dass sich das mittlerweile als Recht anfühlt, dass man das Recht hat, diesen Platz einzunehmen und dass alles, was man sozusagen jetzt ändern wollen würde, dass einem ein gegebenes Recht sozusagen entziehen würde, was natürlich vollkommen albern ist, weil alle sind gleichberechtigt und alle Verkehrsformen müssen gleichberechtigt behandelt werden können und alle haben ein gleicher Anrecht da zu sein, aber das gottgegebene oder das staatsgegebene Vorrecht, mit dem Auto überall hinfahren zu können, das überall hinzustellen zu können und alle sozusagen das aufdrücken zu können, dass die halt auf Platz verzichten müssen, damit man sein privates Auto, also sein privates Eigentum auf öffentliches Grund abstellen kann und das kann niemand anderes mehr dann sozusagen in Beschlag nehmen oder nutzen oder betreten oder ähnliches, weil ich will da mein Privateigentum abstellen, ist dann schon sehr, sehr, eigentlich sehr, wenn man darüber nachdenkt, eigentlich sehr gewöhnungsbedürftig. Ich kann ja auch nicht meinen Kühlschrank einfach irgendwo auf die Straße legen und sagen, ich will jetzt aber meinen Kühlschrank hier hinstellen, da würden alle sagen, sag mal, hast du eigentlich noch eine Latte am Zaun, wie kommst du auf die Idee, jetzt deine Couch hier oder deinen Kühlschrank oder deinen Esstisch hier irgendwie auf den Gehweg zu stellen oder auf die Straße zu stellen und der Meinung zu sein, ich stelle jetzt hier meinen Esstisch einfach auf den Parkplatz ab, setz mich da dann hin oder wie? Also da würden alle, da würden alle auf die, da würden sie alle den Vogel zeigen und würden sagen, eigentlich sag mal, was ist mit dir eigentlich in Ordnung? Also wenn man das mal weiterspinnt, das Ganze, dann merkt man eigentlich erst, wie wirr das eigentlich ist. Ja, einfach einen Kühlschrank als E-Auto verkleiden, dann ist das okay. Ja, Tertun, das ist eigentlich eine sehr gute Idee, das werde ich mal austesten. Ich werde mal meinen Kühlschrank einwickeln in ein sozusagen ein Auto, in ein Autodesign und dann mal gucken, was dann passiert. Aber ja, es ist schon sehr strange, dass es ein Vorrecht ist, sozusagen sein Privateigentum auf Fläche abzustellen, die eigentlich allen zur Verfügung steht, die alle, eigentlich alle gleich nutzen können. Look at a typical street like this one. In Amsterdam, only about 40% of households have a car, but you'd never know it by looking at this. Almost every street is lined with parked cars, which means that a minority of people are consuming a majority of the public space, space that could be used for more productive purposes. Unfortunately, street parking brings with it a lot of problems. Besides being ugly and taking up too much space, street parking can be dangerous, too. A line of parked cars reduces the visibility of side streets leading to predictable crashes, and cars coming out of parking spaces results in an increase in crashes, too. And anyone cycling along a street like this is at risk of serious injury or even death if any one of these drivers opens their car door without looking. Drivers getting in and out of parking spaces also disrupt traffic, which worsens congestion on the street. On commercial streets, it's often argued that street parking is necessary for businesses, but the math doesn't really add up. There's only space for one or two cars outside of most shops, and even if these spots are turning over every 30 minutes or so, which they're not, there's no way this can bring in enough revenue to make a substantial difference to most businesses. Ja, das ist eigentlich auch besonders interessant. Man hört ja immer, wenn irgendwo Straßen umgebaut werden oder Autoparkplätze weggenommen werden, dann kommen die ganzen Geschäfteinhaber und Inhaberinnen dann immer aus ihren Geschäften gerannt und geben dann Interviews. Wir gehen pleite, wir gehen pleite, wenn hier fünf Parkplätze wegfallen. Aber wenn dein Geschäftsmodell darauf beruht, dass du auf fünf Parkplätze vor deinem Laden angewiesen bist und ansonsten gehst du pleite, dann stimmt was mit deinem Geschäftsmodell nicht. Und auch die Statistiken sind da ja eigentlich ganz klar, dass viele Geschäfteinhaberinnen und Inhaber eigentlich überschätzen, was für einen großen, also wie groß der Anteil ihrer Kundschaft ist, die mit dem Auto angefahren kommt. Das ist äußerst spannend, wenn man sich da mal reinliest, irgendwie, wenn man sich die Statistiken anguckt, wie falsch man das einschätzt. Und ich habe das ja aus meiner eigenen Erfahrung sozusagen auch, habe meine eigenen Erfahrungen gemacht. Ich bin ja auch sozusagen Geschäfteinhaber, also Inhaber nicht, aber ich betreibe sozusagen einen Supermarkt. Und von meinem Supermarkt, den ich als Geschäftsführer sozusagen betreibe, habe ich 125 Parkplätze für Autos gehabt. Und ich kam dann auf diese grandiose Idee und habe dann gesagt, 125 Parkplätze für Autos und vor meinem Laden sind ungefähr sechs gruselige Felgenbrecher Parkplätze für Fahrräder. Lass das doch mal ändern. Lass es doch mal ändern, weil ich habe mal gesehen, dass zum Wochenende das einfach voll war und der Bedarf da war. Und habe einfach dann letztes, letztes Jahr, oder war das dieses Jahr? Genau, letztes Jahr habe ich den ersten Schritt gemacht und dieses Jahr habe ich sogar noch einen Schritt weitergegangen. Und jetzt aktuell habe ich acht Autoparkplätze umgewandelt in 70 Fahrradständer. Und was meint ihr, wie meine Kundschaft, die mit dem Auto gekommen ist, auf die Barrikaden gegangen ist, Google-Bewertungen geschrieben hat, dass das gar nicht sein kann, was das für eine Bevormundung ist und man könne ja nicht mehr herkommen. Und ich sage, du, Alter, Digga, hier sind immer noch 120 Parkplätze für Autos, die zu 70 Prozent leer sind und du willst mir jetzt erzählen, dass du jetzt hier eingeschränkt wirst oder was? Also da reicht da schon, minimalste Veränderung reicht da schon aus, um irgendwie, dass die Leute mit schäumendem Mund irgendwie vor einem sitzt. Also da denkst du die, da denkst du eigentlich so, steig doch mal deinen Kopf an, dann kommst du selber auf die Idee, dass es eigentlich Quatsch ist, was du da gerade erzählst. Anna Libaba, vielen Dank für dein Follow. Danke, dass du da bist. Wir gucken uns gerade so eine schöne Reportage an über Parkplätze, die verschwinden. Aber wie gesagt, das ist also faszinierend. Da nimmt man von 125 Sachtparkplätze weg und die Leute drehen, die Leute drehen durch, als gäbe es kein Morgen mehr. Also das ist, fand ich sehr fremdlich im Grunde auch schon, wo ich mir denke, Alter, Digga, du hast immer noch 120 Parkplätze da. Dir nimmt keiner, also du bist nicht eingeschränkt, du musst keine Runden fahren. Du kommst auf den Parkplatz raufgefahren, steuerst direkt den Parkplatz an, hältst an, steigst aus, fertig ist das Thema. Was schränkt dich jetzt ein? Gönn doch anderen Menschen auch mal vernünftige Abstellmöglichkeiten. Warum kannst du anderen Menschen nicht gönnen, dass die auch auf den Parkplatz gefahren kommen und dass die auch sofort ihr Fahrzeug abstellen können? Wenn du es auch kannst, gönn es doch anderen Menschen auch. Warum gönnst du es den anderen nicht? Das ist mein Rätsel. Aber ich reg mich schon wieder auf. Wir gucken erst mal weiter. City Beautiful made an excellent video recently, where he talks, among other things, about the revenue potential of commercial street parking spaces. In most cases, replacing street parking within a city with, say, a protected bicycle lane is almost always better financially. For example, during Covid, Toronto converted many of its street parking spaces into extra restaurant seating. And a recent analysis showed those patios brought in almost 50 times as much money as the parking fees they replaced. Ja, natürlich. Das ist ein No-Brainer. Jeder, der darüber nachdenkt, kommt sofort auf die Idee, dass das natürlich eine super gute Idee ist, den Platz da vor seinem Laden irgendwie für 20, 30 Sitzmöglichkeiten zu nutzen, als wenn da zwei Leute mit dem Auto sich hinstellen können. Das ist eigentlich ein No-Brainer. Und alle sprechen immer von grüner Ideologie oder von Radfahr-Ideologie. Aber wenn man dann darauf beharrt, dass da zwei Leute ihr Auto abstellen können, statt dass da 40 Leute sich hinsetzen können und Gäste sein können, ähm, da, das, das ist eher ideologisch, äh, dass man unbedingt auf seinem Parkplatz mit, äh, irgendwie, äh, beharren will, obwohl eigentlich die Logik einem aufsagt, dass das eigentlich Quatsch ist. So. Ja, das ist eigentlich Ideologie. Another problem with street parking is that it's usually far too cheap, so it gets occupied quickly. There have been studies showing that in some neighborhoods, 30 to 40% of all traffic was just drivers cruising to find cheap street parking. To deal with this, you'd ideally want to increase the cost of street parking to match demand, and San Francisco tried this with their SF Park experiment, which automatically changed the price of street parking to maintain a 60 to 80% occupancy rate. This experiment worked brilliantly and was beneficial in almost every way, but drivers complained about the uncertainty of how much it would cost to park. And that's in addition to the typical whinging about price from entitled drivers, but we already knew that would happen. So a flat rate is generally more accepted, and here in Amsterdam, street parking prices were increased across the city. For example, it now costs 7 Euro. Also ich fand die Idee gerade, die Sie da gesagt haben mit den variablen, ähm, mit den variablen Ticketparkpreisen eigentlich ganz interessant, dass man sagt, man variiert die, äh, die Parkplatzpreise so, dass immer 60 bis 80 Prozent der Parkflächen, also dass immer die Auslastung bei 60 bis 80 Prozent liegt. Ist eigentlich eine interessante Idee, aber klar, ich verstehe den Hintergrund, dass man sagt, wenn ich losfahre, weiß ich nicht, kostet es mich jetzt 3 Euro oder 12 Euro. Kann ich natürlich auch nachvollziehen, aber ist natürlich auch eigentlich interessant, eine Möglichkeit, also sozusagen, wenn jetzt die Parkplatzauslastung höher geht, gehen die Preise hoch, Angebot Nachfrage sozusagen, um andere dann, die dann eigentlich nicht unbedingt parken müssten, dann woanders sich einen Parkplatz suchen. Und es ist interessant, äh, eine interessante, äh, Idee eigentlich. ... in almost every way, but drivers complained about the uncertainty of how much it would cost to park. Und es scheint ja geklappt zu haben, also wenn die sagen, das hat, hat funktioniert, ähm, aber, klar, es ist natürlich eine Ungewissheit, was die Parkplatzpreise angeht. Müsste man nochmal drüber nachdenken eigentlich. ... that's in addition to the typical whinging about price from entitled drivers, but we already knew that would happen. So, a flat rate is generally more accepted, and here in Amsterdam, street parking prices were increased across the city. For example, it now costs 7 Euros 50 per hour to park in the city center. But that doesn't really get rid of the parking spaces, it just reduces their demand. In most cities, street parking is just an accepted reality. We have come to expect that almost every street is lined with parked cars. But does it really have to be this way? Äh, die Antwort ist nein. Müssen tut es so nicht. Ja, wir haben das einfach so hingenommen, dass es so ist. Aber müssen tut es so sein, natürlich nicht. Klar. ...with parked cars. But does it really have to be this way? Japanese cities took a very different approach. Here in Tokyo, for example, there is very limited street parking, and the maximum time is usually only one hour or less. Most importantly, it's forbidden to park your car on the street overnight. Japan also has a proof of parking rule. If you want to buy a car, you need to prove that you have an off-street parking space for it, in order to get it licensed. Bibi fragt gerade, sind das die Leute, die in der Weizstraße einkaufen, immer Gas und Bremse verwechseln und ins Schaufenster donnern? Ähm, ja, das kann natürlich, äh, das kann sehr gut sein, dass die das sind. Äh, wer das, äh, nicht kennt, das ist so eine Hamburger Eigenheit, äh, die Weizstraße, da gibt's sehr interessant, äh, mal gucken, Weizstraße, Hamburg. Ja, genau, hier. Ähm, wir wechseln kurz das Video, weil das gerade angesprochen wurde mit der Weizstraße, wer das nicht, äh, weiß, es gibt, äh, vom, vom, äh, vom extra 3, vom realen Irrsinn, gibt es genau zu diesem Punkt, äh, sozusagen ein Video, aber das war jetzt sehr laut, mach's so ein bisschen leiser, ähm, was genau das nämlich aufgreift, da können wir einmal ganz kurz wechseln und dann springen wir wieder zurück, einfach nur als Erklärung, dass, dass man weiß sozusagen, ähm, worum es in dieser Weizstraße eigentlich, eigentlich geht, das ist eigentlich eine, 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 ein Running Gag in Hamburg mittlerweile, also mittlerweile kennt jeder Hamburger oder jede Hamburgerin kennt die Weizstraße, selbst wenn man noch nicht da gewesen ist, man hat schon davon gehört. Die Weizstraße in Hamburg-Othmarschen, eigentlich eine ganz normale Einkaufsstraße, doch in der verkehrsberuhigten Zone gehen unerklärliche Dinge vor sich. Es klingt erstmal kurios, ist aber wahr, in Hamburg gibt es eine Straße, in der regelmäßig Autos in die Schaufenster von Geschäften rasen. Die Fahrerin hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei Gas und Bremse verwechselt. Mysteriös, denn über 70-jährige Autofahrer fahren hier öfter mal in die Schaufenster. Die Bild-Zeitung ist früh auf der Spur. Im Januar 2005 kracht ein Mercedes in die Weinhandlung, im Februar 2007 ein BMW in die Reinigung und im März 2008 ein Golf ins Optiker-Geschäft. Im Juli ist es unten im Blumenladen gewesen, derselbe Fahrer ein Jahr zuvor hier nebenan in der Reinigung, die war gerade frisch gebaut, da hat er die ganze Front zertrümmert. Kurz danach geht die rätselhafte Unfallserie weiter. Im März 2016 fährt ein 83-Jähriger in ein Restaurant. Hier ist eine Dame mit Vollschwung durch ein Fensterelement gesaust. Hier ein älterer Herr, so Mitte 70. Derjenige, der hier hineingefahren ist, ist auch schon mal in ein Blumengeschäft hineingefahren. Völlig abstruse Theorien über die betagten Autofahrer kommen auf. Also die Leute sind alle offensichtlich irgendwann nicht mehr so richtig klar im Kopf und nicht in der Lage, ihr Auto zu beherrschen. Das ist so typisch Hamburger-Norddeutsche Klarheit. Da muss man sagen, die Leute sind einfach nicht mehr in der Lage, ihr Auto zu bedienen. Komm, gib es ab, weg damit. Da ist der Hamburger ganz klipp und klar. Offensichtlich irgendwann nicht mehr so richtig klar im Kopf und nicht in der Lage, ihr Auto zu beherrschen. Und das ist das eigentliche Thema. Also das kann ja nun wirklich nicht sein. Offensichtlich passiert das da häufiger, weil auch keine Begrenzung zwischen den Parkplätzen und den Geschäften besteht. Aber warum brauchen wir eine Begrenzung? Sag mal, wenn du durch dein Auto steigst, dann musst du dir sicher sein, dass du das Auto auch beherrschen kannst. Sonst setzt dich nicht in dein Auto rein. Und wenn du nicht vom Parkplatz ausschließen kannst, dass du mit voller Karamba aufs Graspital trittst und vorne ins Geschäft reinrauschst, dann ist eher was mit dir nicht in Ordnung und nicht mit dem nicht mehr der Infrastruktur. Und mittlerweile haben wir, ich weiß nicht, ob es noch gleich noch kommt, aber mittlerweile haben wir ja Pollert teilweise schon da in der Weizstraße. Und trotzdem, bis heute, ich glaube vor ein paar Wochen, ist der nächste da reingerauscht. Aber das soll jetzt ja geändert werden. So, die fehlende Begrenzung ist schuld. Daher wird die Straße 2016 für fast zwei Millionen Euro umgebaut, damit die Geschäfte geschützt werden. Und die Fahrzeuge, man sieht das hier schön, eine Barriere haben, sodass diese Unfälle in der Form nicht mehr stattfinden können. Hmm, können sie trotzdem. Eine Seniorin ist heute Mittag in Othmarschen mit ihrem Pkw in einen Friseursalon gekracht. Wieder fuhr eine Seniorin in ein Schaufenster. Die haben das extra neu ausgebaut, weil hier die Unfälle immer waren. Und was passiert, das geht immer weiter so. In der Weizstraße in Großflottbeek ist wieder ein Rentner mit seinem Auto in eine Häuserfront gefahren. Von Othmarschen kam es zu einem Unfall, erneut in der Weizstraße. Es ist bereits der 23. Unfall dieser Art. Und wohl nicht der letzte. Dabei ist die Lösung doch ganz simpel. Man verlegt einfach die Parkplätze direkt in die Geschäfte. Kleingartenverein Deutsche Scholle in Osnabendorf. Ja, genau so ist es. Also das muss man sich mal vorstellen. Also das ist absolut irre. Und von wann war das Video? Ja, danke. Von wann war das? Es ist schon drei Jahre alt. 2020. Und bis heute. Bis heute. Das kannst du eigentlich keinem erzählen. Irgendwie, dass die Leute nicht in der Lage sind, vernünftig einzuparken. Weizstraße. Unfall. Mal gucken, wann der letzte war. Ich bin der Meinung, er war gerade erst vor kurzem hier. So, wieder Unfall. Am 30.06. Hatten wir auch einen. Am 20.12.07. Hatten wir auch einen Unfall. Am 16.08. Gab es eine neue Polle für den Unfall-Hotspot. Und im Februar diesen Jahres hat das Bezirksamt mal erwägt, die Straße für Autos zu sperren. Weil, äh, zu viele Autos, äh, ach hier, vor zwei Wochen. Ja, das ist, äh, NDR auf Facebook. Hat der NDR vielleicht auch etwas, was nicht auf Facebook war? Ne. Also, wie gesagt, vor zwei Wochen, wusste ich doch, dass es vor zwei Wochen war, dass da wieder ein Unfall war. Ja. Vor zwei Wochen war der letzte, war der letzte Unfall dort. Das kannst du, kannst du dir eigentlich nicht ausdenken. Denkst du eigentlich, du bist, bist, bist bekloppt oder so. Aber, äh, zurück, äh, nach Japan. Und das war auch sehr interessant. Ähm, Japan hat nämlich eine ganz andere Strategie. In Japan lassen sie dein Auto nur zu, also du kannst damit das Auto nur zulassen, wenn du nachweisen kannst, dass du einen privaten Stellplatz für dein Auto hast. Also, du musst in Japan, um dir ein Auto zulegen zu können, der Behörde sagen, ja, ich kann mein Auto privat auf meinem eigenen Grundstück unterstellen, und zwar dort. Und dann darfst du dein Auto zulassen. Ansonsten zeigt dir die Behörde den Vogel und kann sagen, kannst du vergessen, äh, du kriegst kein Auto, du kannst dein Auto nicht privat unterstellen. Komplett, komplett anders als bei uns. Aber schon hast du dann auch viel schönere Straßen, wie wir eben gerade gesehen haben. Ähm, äh, wenn das sozusagen, äh, oder, wenn du die Autos nicht am, äh, alles voll mit Autos parkst, dann hast du auch Platz für begrünte Hecken und du hast auch Platz für, äh, für, für Blumen und du hast Platz für Entsiegelung und so weiter und so fort. Ähm, aber das kriegen wir ja nicht hin, denn selbst in Straßen, in denen nur Einfamilienhäuser stehen, die alle eine Garage haben, die alle einen Stellplatz haben auf ihrem eigenen Grundstück, stehen die Autos dann doch wieder am Fahrbahnrand und alle anderen müssen dann gucken, wie sie klarkommen oder wie der Platz genutzt wird. Weil man es nicht schafft, dafür zu sorgen, dass selbst in solchen Gegenden, in denen es nur Einzelhäuser gibt, äh, dass die dann ihr Fahrzeug auf ihrem eigenen Grund runterstellen. Kriegen wir in Deutschland und in Hamburg leider nicht hin. Ja, und wenn ich mir diese Straße zum Beispiel angucke, mit den Bäumen am Rand und so weiter und so fort, also, und wenn ich mir dann Hamburger Straßen oder die Münchner Straße angucke, die wir da gesehen haben, ähm, viel schöner so. Kann mir doch keiner erzählen, dass das einem nicht besser gefällt. Get away with much narrower streets because there's no need to accommodate car parking. On a street like this, all traffic can mix together because speeds are so slow here. This is also why so many people ride bicycles in Japan, despite there being very little bicycle infrastructure. These slow, narrow streets are already safe enough for many people. But, come on guys, you gotta do better on big roads like this. So, removing street parking can significantly improve the look and feel of a city and makes it easier to build great urban places. Of course, whenever a proposal is made to reduce car parking, many people start listing off a long list of reasons why street parking is absolutely essential and can never be removed. But, let's be honest, most of the time this is just concern trolling. The people making these arguments don't actually care about the reasons they cite, they just want to keep every possible parking space. But, they know saying that out loud makes them sound like an entitled jerk. But, there are legitimate reasons to park a motor vehicle sometimes, and Amsterdam has exceptions for many of these cases. For example, on a street like this, there are designated spots for loading and unloading. And, despite the picture showing a truck, you can park your personal vehicle here too. You know, for that one time of year, you actually use all that space in your SUV. There are also spots for car-share cars. I love the humor, yes. Also, that is exactly my humor, if you argumentate it so that you have made your SUV full in the year, if you have made your SUV full, then you can also load it out there. There is no parking space for you. If you hold it in the load zone, you load it out of your car, and then it is also in order. Which are great and becoming increasingly popular in Amsterdam, and I talked about that in a previous video. There are also shared cargo bikes like this one, which I like even more, because so many trips that people think require a car, can be done quite easily with a cargo bike. And there are some designated spots for disabled parking too. Though Amsterdam also does a lot to ensure that people with physical disabilities can get around in other ways, which can increase their independent mobility. That is exactly what I said last week in the stream. That the good infrastructure, like in the case, older people or mobility-seingeschränked people, can also be a good and safe mobility. And that have in the comments under the video a lot of people not understood, which have said that, that's what does not need a person anyway. And of course, also older people want to be mobile. And that is, as we see here in the video, that is the perfect example for good infrastructure, also Mobilität in a certain age. or halt auch, when man gesundheitlich eingeschränkt is, wie man da trotzdem mobil sein kann. Eigenständig, ohne Hilfe. That's the Entscheidende. Man will ja selbstständig und eigenständig leben können. Das ist ja das Entscheidende im Grunde, was man ja möchte. Man möchte ja nicht auf andere angewiesen sein. Und du siehst in Niederlanden viele Leute, die mit solchen Sonderformen des Fahrrads unterwegs sind, wie wir jetzt hier zum Beispiel gerade sehen. Der Herr, der hier in seinem Sitzliegerad unterwegs ist. Oder die Älteren, die in ihren Elektrofahrzeugen, Elektrorollstühlen, ich weiß nicht, wie man die nennt, unterwegs sind. Und das siehst du halt so oft, dass auch Menschen, die jetzt kein klassisches Fahrrad bedienen können oder die zu körperlich nicht in der Lage sind, dass die auch eine eigenständige Mobilität haben durch vernünftige, sichere Infrastruktur. So, after taking all of this into account, this is what it looks like. This shows that it is possible to cover the corner cases needed for car parking without having to line every street with ugly metal boxes. By now you may be thinking, how did Amsterdam actually pull this off? Did they just dump all the cars into a canal and call it a day? Well, no, not exactly. They've actually tested several methods in different parts of the city. So kannst du natürlich dann auch die Autos loswerden, ne? So kriegst du die Autos auch weg, aber ob das natürlich der Sinn der Geschichte ist, weiß die jetzt auch nicht so ganz genau, muss ich sagen. The cars into a canal and call it a day? Well, no, not exactly. They've actually tested several methods in different parts of the city. The most common method is attrition. Every street parking space requires a permit, so as people give up their parking permits, for example, because they've sold their car or moved out of the city, the city just doesn't grant a new permit. So over time, the problem just works itself out. So that frees up around 1,000 parking spaces per year, but that's not quite fast enough, so Amsterdam is trying other methods of speeding up the process. For example, Amsterdam is taking advantage of street redesigns in order to remove parking spaces. This is Koninginneweg, a relatively busy street in Amsterdam's out. When this construction is completed, it will be much safer, especially for people cycling, and it will be reconstructed with around 140 fewer parking spaces. And I featured this street, Kinkerstraat, in my most dangerous places to cycle in Amsterdam-Video. This redesign will provide much more room for people cycling, and will also remove 27 parking spaces in the process. Ja, wenn man jetzt hier auch noch ein paar Bäume gepflanzt hätte, dann wäre das Ganze natürlich noch schöner gewesen. So ist es natürlich eher eingeschränkt sozusagen vorzeigbar für Zukunftsdesign, weil ja nur wirklich überhaupt keine Beschattung, überhaupt keine blaue Infrastruktur, überhaupt keine Wasserspeicherung vorhanden ist. Und auch keine, also nicht, also keine, es ist alles versiegelt von links nach rechts, alles durchversiegelt, keine versickerbare Fläche irgendwie. Ja, für Radinfrastruktur mag das ganz nett so gemacht sein, aber es ist natürlich für die Menschen, die dort leben, die dort wohnen, die dort unterwegs sind, ist das natürlich nachher, vor allem wenn man den Klimawandel mit bedenkt, ist das natürlich etwas, was jetzt nicht besonders zukunftsträchtig ist, weil das natürlich die gesamte, alles aufheizt, weil du nichts hast, was irgendwie die Temperaturen wieder runterholt. Hier sind viele andere constructionen projekte, heavy stuff from on top of it and the best way to do that is to remove street parking there are several places where street parking has been removed along canals and there is a long-term goal of removing all car parking along canals throughout the city center ist natürlich auch recht ambitioniert an den kanälen wirklich 100 prozent der parkplätze wegzunehmen aber es ist jetzt auf jeden fall zu begrüßen weil auch für die optik und für fürs wohlbefinden wenn man da spazieren geht oder ähnliches ist es natürlich viel schöner wenn die autos dort nicht stehen also für für fürs wohlbefinden der anwohnerinnen und anwohner oder der die dort unterwegs sind wenn man da am wasser laufen kann wenn man sozusagen die straße umbauen kann zu einer fußgängerstraße oder zu 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 ewegen oder ähnliches oder man plant man begrünt noch oder ähnliches this will certainly improve the look of these places but it will also provide more space for walking and cycling this is out of all which literally just means old wall a really clever name there guys all street parking has been removed along the canal here presumably this will be redesigned in the future but in the meantime residents have installed their own planters and decorations und da sieht man ja das ist ja auch von den anwohnern und anwohner begrüßt wird also wenn die das sozusagen auch eigenständig verhindern dass da leute ihre autos abstellen können und das dann auch noch durch pflanzen oder ähnliches dann auch noch selber sozusagen provisorisch begrünen ist das ja zu erkennen dass die anwohner schafft also die denjenigen die da leben die das sozusagen jeden tag rund um die übertragen müssen in dem sinne das ja auch dann auch begrüßen und selber wollen i love seeing this parking payment machine stranded here and here is an electric car charger no longer accessible for charging i wonder what they'll do with this so this gets rid of a few more parking spaces but it's still not enough to get to 10 000 spaces so the city is trying other methods of removing parking more quickly one trial was attempted on this street in amsterdam ost in 2019 all of the parking was removed and there were temporary planters and bike parking installed the idea here is that residents would love the new street so much they wouldn't want the cars to return for some streets this can work but it needs the buy-in from the majority of residents for now the trial is over and this street is back to the way it was before that doesn't mean that it was a failure though it's just the end of the trial there are plans in the works for a redesign of this neighborhood so maybe that'll have to be a future video another method was attempted here in the streets along the franz hallstraat in the pipe here street parking was removed in the whole neighborhood all at once the space was used for more trees and greenery lots of bicycle parking small playgrounds and other uses this current design is temporary but plans are moving ahead for a permanent design and i'll definitely cover this in a future video when this work completes the result of this transformation is incredible look at this street it feels busy and claustrophobic now compare it to this this street looks large and inviting but this is exactly the same street only a few meters away i've come through here dozens of times but it never ceases to amaze me what an incredible difference it makes to get rid of the cars so where do the cars go well they're right here no not in the water god that's good b-roll a multi-level parking garage was built under this canal that has space for all the removed cars and then some this is a pretty great parking garage and it has a huge number of electric car charging spots as well which makes me wonder just how much electrical current this garage would pull if all of these spots were in use at once there is bike parking too but only space for 60 bicycles it's clear that residents are expected to park their bicycles in the space freed up on the street so this is great right the streets are so obviously better and this is now one of my favorite neighborhoods in the city 300 parking spaces were removed to make these streets as great as they are but this parking garage has space for 600 cars and they want to do not park places up on have it that's a little bit less well when man then that's top of the house macht is that's not a counterproductive when i give the people even more space for their auto is that's not a yeah so that's when that's that's when that's auto fahren and i think so much push or think i just falsch cost 35 million euros which is almost 60.000 euros per spot but the resident who live nearby and get a parking space in this garage for the same cost as regular street parking that's a pretty big subsidy to drivers 60.000 euro for jeden einzelnen parkplatz 60.000 Euro. Ja, das frage ich mich auch. Also, tauchen die 300 dann in der Statistik auf? Zählen die als entfernt? Oder muss man dann nicht eigentlich sagen, in der Maßnahme muss man eher 300 wieder dazurechnen? ...or adding 300 Spaces. Well, it turns out the goal of removing 10.000 Parking Spaces is only referring to on-street Parking Spaces. So, this still counts as 300 removed Spaces. Now, don't get me wrong. This is still a really great goal. There are many good reasons for removing on-street Parking. And the less of it we have in our cities, the better. But off-street Parking causes a lot of problems for cities too. Actually, Climate Town has a great video about this. You want to comment on that, Rolly? Hey, it's done. The video is all done and nailed it. Check it out on the Climate Town YouTube page. Back to you, Jason. Anyway, the biggest issue here is that the more parking you have, the more driving you have. And I've heard anecdotally that people in this neighborhood are now more likely to drive because of this parking garage. Before the garage was built, the limited... Okay, that is what I just mentioned. dass es nicht, dass es im Grunde ja eher das Ganze nochmal fördert, aber das war ja klar, das war natürlich jetzt anekdotische Evidenz, also jemand, ich habe gehört, jemand hat gesagt und ich habe drei Leute befragt, das ist natürlich jetzt nicht sehr aussagekräftig, ob das jetzt nun wirklich der Fall ist, aber ja, ich kann mir das auch schon vorstellen, wenn ich natürlich jetzt 300 Parkplätze mehr anbiete plötzlich und das dann natürlich dann einen eher und daher, also dann auch immer einen freien Parkplatz dort unten drin bekomme, dass ich dann dazu geneigt bin, mich einfach ins Auto zu setzen, obwohl ich dann eigentlich eventuell eher mich aufs Fahrrad setzen würde, weil ich nicht unbedingt weiß, bekomme ich jetzt wieder einen Parkplatz oder muss ich wieder fahren oder muss ich zu lange suchen, ach komm, ich setze mich aufs Fahrrad, ich fahre mit dem Fahrrad los, das ist natürlich dann nochmal ein Push so in Richtung Auto, das darf man natürlich dann auch nicht vergessen, das kann ich mir gut vorstellen, dass das wirklich, dass das aber auch dann auch wirklich, wirklich auch so ist. Okay. But now that the garage has been built, people are more likely to take their car, even for short trips. One fundamental problem with Amsterdam is that the city center is just not good. Yes, I know it's crawling with tourists and has too many waffle shops and waffles aren't even Dutch people, but that's not what I'm talking about. If you look at almost any other city in the Netherlands or even Germany, the city center has a pedestrianized area. Heck, Brussels, which is a place I try to forget I lived in, has significantly expanded their pedestrianized city center in recent years. Unfortunately, Amsterdam only has a handful of pedestrianized streets and cars are allowed pretty much everywhere in the city center. And so every weekend you get this line of cars coming into the 17th century canal ring. If there's one thing I've learned from visiting hundreds of cities around the world, it's that the vast majority of people will take whatever transportation method is the fastest and most convenient. If you make trains the most convenient, then most people will take the train. And if you make cars the most convenient, then most people will drive. But as with any rule, there are always exceptions. For example, there are some people who will choose to ride a bicycle, even though that's a completely illogical and even dangerous thing to do, because the roads were not designed for it. And similarly, there are some people who, no matter how painful and inconvenient it is, will insist on driving, even though the city center is not designed for it. Yeah. The ideologically driven ones there are always the ones that say, although it's unbeatable, although it's too expensive, although it's too expensive, although it's too expensive, although it's actually very much better possibilities, I will trotzdem with my car or I will trotzdem with my car ride ride. That's the same thing. Of course, a rule does not always have to use. But on the most of it, it's true that if I make the roadway to the fastest and fastest roadway, to achieve my goal, then it uses it. If I make the car as the fastest and fastest possible possible, then I use the car. That's just so. Unfortunately, the people who insist on driving create a lot of problems for everyone else, because they take up a huge amount of space and make the streets more dangerous for everybody who isn't inside of a metal box. Guckt euch mal an die Relation zu Menschen zu Fuß, Menschen auf Fahrrad, im Gegensatz zu Menschen im Auto. Und alle Menschen, die hier zu Fuß unterwegs sind, und das ist der absolute Großteil derer, die wir hier sehen, muss oder wird dazu genötigt, aufgrund des Rechtes stärkeren Rücksicht zu nehmen auf diejenigen, die jetzt hier mit dem Auto unterwegs sind. Ist einfach so. Now, this is about the time the driving apologist will chime in, claiming that all of these people have to drive, because they have no other choice and need a car for some reason. Ja, das sind dann auch immer die, die wir in unseren Diskussionen immer hören. Das sind dann die, die Krankenschwester nachts um zwei unterwegs sind oder die Hebamme, die unterwegs ist. Das sind dann alles diese Menschen immer, die dann immer herangezogen werden als als Leumundsäuge dafür, dass das so sein muss und dass man das auf jeden Fall braucht. Ja, die gibt es, aber die jedes Mal dann dafür ranzuziehen und dafür dann sozusagen fast schon zu missbrauchen, um ihren Unwillen auf Verzicht oder auf Umstellung dann das dazu auszunutzen, ist natürlich dann auch fragwürdig. Aber das scheint ja in den Niederlanden auch ähnlich zu funktionieren, wenn man das hier dann so sieht, wie es bei uns ist. Thankfully, the NRC actually stopped and asked people why they were driving into the city centre. Were they all bringing their poor disabled mothers out to the canals for a sunny Sunday? No. They were just driving because that's what they felt like doing. One group said they were at the Amsterdam Rye Convention Centre, a place with one of the best park and ride garages in the entire city and a direct metro line that literally brings you right to this location within five minutes. Instead, they sat in traffic for an hour and a half to get here. There was only one guy they interviewed who really needed to drive because he was helping his son move into a new apartment. Of course, he had to sit in traffic that shouldn't have even been there if these people had just taken the metro like everyone else. Yeah, genau das ist nämlich so. Genau das ist das, was ich auch schon mal gesagt habe. Wenn die, die umsteigen könnten oder die, die darauf verzichten könnten, es tun würden, hätten die, die darauf angewiesen sind, dann haben wir die Hebamme und dann haben wir auch die Krankenschwester nachts um halb zwei. Dann hat die nämlich den Raum und den Platz und kann dann auch sicher und schnell fahren, weil das dann nicht durch die verstopft ist, die einfach nur, weil sie es wollen oder weil sie es können, sich da auch noch mit in den Stau reinstellen. Das hätte man dann gar nicht. Du normal, Jongens. The majority of this traffic every weekend comes from people shopping, especially at the Buy-in-Korf, a high-end department store. And what allows these people to do this is this parking garage, which holds over 400 cars. This is a textbook example of parking generating traffic. As long as this Q-Park garage is here, there will be people wanting to use it. Thankfully Amsterdam is starting to do more to reduce car access to the city center. One block away from this dumpster fire is this street, recently converted into a small park. Wow. Kann ich nur sagen. Wow. It even has grassy tram tracks. My favorite. Here's what it looked like before. It's amazing to see what can be done with the huge amount of space normally consumed by cars. There is still some work underway here, but when all the work is done, there will be 77 fewer parking spaces along this street. So far, Amsterdam has removed over 4,000 parking spaces with a few years to go until 2025. As some of these construction projects complete, this number should increase quickly, though time will tell if they reach the original 10,000 target. But even if it's not 10,000 parking spaces, but only 8,000, which are left, it's a huge success. And then Amsterdam can be really proud of that they have achieved it, that they have transformed these streets to living areas. Even if it's only 8,000 and not 10,000. These changes will make a hugely positive impact on streetscapes all across the city. And while removing street parking is not a full solution, it's still a big step in the right direction. Übrigens, das, was wir hier sehen, sind Radwege. Ja, das ist keine Fahrbahn. Das ist keine keine Straße für für ein Auto, sondern das ist ein Radweg. Ja, für alle aus Deutschland, die da irgendwie jetzt denken. Oh Gott, was ist das jetzt hier? Das ist ein Radweg. Und zwar nur ein Radweg. Unvorstellbar für uns. Now the next step. Let's turn this ugly thing into housing. And speaking of improving things, I'm happy to introduce this video sponsor, GiveWell. When you give to a charity, how much impact will your donation actually have? This is a difficult question to answer. Most charities can't tell you how your money will be used or how much good it will accomplish. How do you know what impact your donation is having? If you want to help people living in poverty with evidence-based, high-impact charities, I recommend you check out GiveWell. GiveWell spends over 30,000 hours each year researching charitable organizations so that the money can be directed to the highest impact charities. The best part is that GiveWell's research is available absolutely free. They publish all of their research on their website, no sign-up required. And they allocate your tax-deductible donation to the charity or fund you choose, without taking a cut. Over 100,000 donors have already used GiveWell to donate more than $1 billion. And evidence suggests that these donations will save over 150,000 lives and improve the lives of millions more. I've been very impressed with the quality of the research I've seen from GiveWell and they've certainly made it easier for me to choose which charities to give to, so I'm happy to promote their work. If you've never donated to GiveWell's recommended charities before, then now is definitely the time, because GiveWell will match your donation up to $100 before the end of the year or as long as matching funds last. To learn more or to make a donation, go to givewell.org slash notjustbikes. I'd also like to thank my supporters on Nebula and Patreon, who pay me to film cars and no cars too. If you'd like to support this channel, visit nebula.tv slash notjustbikes or patreon.com slash notjustbikes. Yeah, I can definitely recommend a follow or an abonement by him very much. The videos are always worth it. I've seen this video here with the, with the, with the, with the Bahn set that I've also not seen. Ah, I have no, I must have so much to watch. I must have so much to watch. I must have so much to watch. Yeah, on the way very exciting, I would say that. That video was on the way very exciting. But on the way, Agatlam1987, thank you for your follow. Herzlich willkommen, auch here. We have just that video here. Amsterdam wanted 10.000 Parkers to go away. And then, how is there the way? Spannend. Deutschland, this discussion, I think, it would be difficult to say. That would I just say. I think, if we had this discussion in Hamburg, the, what we say, the SPD or the Greens will now as, 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 and, as we speak, we speak 15.000 Parkplätze in Hamburg or 20.000 Parkplätze in Hamburg in Hamburg in the Größe gesehen. I think, I think, there would be, it would be difficult to be, there, any way, to fix it. I think, the Empörung would be there quite, 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 quite. I can't imagine, for Hamburg at least, at the moment, there would be any political party to come, with such a law-versary, to be an. Schwierig. I say goodbye to days of daydreams. Another kingdom is gone. Another kingdom is gone. Do you remember, all the places we went, the spaces we... There are the ornaments. Little music? Yes. No. And we doing a larger engine right now, butplings things are added around.